Die haben sich hier so Fischerhütten gebaut und jetzt sind wir hier in der Isen, da war der Roy Black, der Roy Black hat er gesagt. Jetzt müssen wir mal hinter gehen, der war schon da. Der macht die Isen so eine Schleife, so eine große und der hat hier so einen kleinen Teich gebaut. Hier sind so alte Hütten. Das ist die Isen, die Isen gedeckt bei ihm vorbei. Wahnsinn, die haben sich hier ein Ding gebaut.